Impulse und Ideen für gelebte Familienfreundlichkeit helfen allen Beteiligten im Arbeitsalltag. Familienfreundlichkeit ist für viele Mitarbeiter oftmals wichtiger als zum Beispiel Gehalt oder Prestige. Das Verhalten des Arbeitgebers bei Notfällen in der Familie, Arbeitszeiten an Passung oder Homeoffice-Optionen, um Raum für die Versorgung und Pflege von Kindern oder Angehörigen zu schaffen, spielen eine wichtige Rolle. Mit Sozialverantwortung und Menschlichkeit schafft ein Unternehmen Mitarbeiterbindung und entsprechende Loyalität. Für Unternehmen ist Familienfreundlichkeit längst mehr, als für Eltern schulpflichtiger Kinder bei der Genehmigung von Urlaub die Schulferien zu berücksichtigen. Beispiele wie Kinderbetreuung am Unternehmensstandort, spezielle Konditionen für Mitarbeiter mit Kindern, aktive Unterstützung in Krisensituationen Oder auch einfach nur das Umdenken, dass die Familie ein wichtiger Teil des Unternehmenswertmensch ist, machen moderne Unternehmen aus. Nur so lassen sich heutzutage Mitarbeiter und besonders Fachkräfte finden und im Unternehmen halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017